Nehmt eure Ideen immer auf und haltet diese fest. Es muss nicht gleich im Tonstudio sein oder komplett ausarrangiert. Die rohe Idee reicht erstmal. Das heißt, wenn ihr improvisiert oder einfach was spielt und etwas Gutes dabei rauskommt, solltet ihr das immer festhalten. Früher musste man das auf Bändern und auf Kassetten machen, aber heutzutage gibt es dafür richtige Tools, die ganz einfach zu bedienen sind. Eine Kamera, ein Computerprogramm oder auch einfach euer Handy. Archiviert eure Ideen, sodass, wenn ihr einen Song schreiben wollt, ihr euch aus eurem Kreativpool einfach bedienen könnt. Ja. Ja. Ja.